ja hallo und herzlich willkommen herzlich willkommen zu skd tv heute mit einer sonder ausgabe direkt aus mallorca ich bin hier auf der linsenich seminar und fitnessreise wobei das thema seminar wirklich sehr sehr groß im mittelpunkt steht und verbringen ein paar interessante und spannende tage hier im robinson club in calas arena ja zwei drei neuigkeiten möchte ich euch doch nicht vorenthalten ganz ganz neue informationen gibt es von unserem business partner studio check eine plattform wo man sich als fitnessstudio gratis registrieren kann um dann neukunden vermittelt zu bekommen interessenten die in den club kommt und studio check startet richtig durch die firma ist ja gegründet worden vom rtl bachelor christian tebs und hat mittlerweile schon über 400 partnerstudios in ganz deutschland der vertrieb ist angelaufen und jetzt ende november am 25 ganz konkret am 25 november ist studio check vertreten beim rtl spenden marathon denn studio check und das ist ganz interessant spendeten teil der einnahmen an den rtl spenden marathon also jeder der noch ein paar kunden brauchen kann der interessenten für sein haus braucht der ist eingeladen sich gratis kostenlos auf studio check zu registrieren und die domain findet ihr unten dort könnt ihr euch eintragen ja ein sehr tolles gespräch hatte ich auch hier auf mallorca mit unserem business partner sven mattes sven mattes ist ja unser partner für alle fragen rund um die versicherung egal ob es die inhaltsversicherung von dem club betrifft oder aber die berufsunfähigkeitsversicherung und der sven hat auch eine tolle information es gibt eine neue berufsunfähigkeitsversicherung für trainer die ganz besondere sonderkonditionen hat dabei werden fitnesstrainer eigentlich ein gefährlicher beruf eingestuft wie bürokräfte die management tätig sind und das bedeutet dass man für sehr sehr wenig geld eine sehr hohe berufsunfähigkeitsrente im fall bekommen kann dass man sie benötigt die domain heißt sicherheit für trainer.de dort kann man sich ganz gezielt ein kostenloses unverbindliches angebot einholen und ihr werdet überrascht sein welche konditionen da auf euch zukommen das ist wirklich outstanding ja und damit ihr so einen kleinen eindruck bekommt wie es auf der insinnige fitness und seminarreise abgeht habt ihr euch ein paar impressionen mitgebracht eine wirklich tolle gelungene veranstaltung und ich kann hier hineinladen falls das nächste jahr wieder in die stadt wird dort hinzugehen wir hatten enorm viel spaß und viel gemacht und wir verbringten rund um die geschlossene und gelungene veranstaltung ja in diesem sinne hier noch ein paar impressionen herzlichen dank fürs anschauen und bis zum nächsten mal euer trostenboerberg elbüroerberg de Outro 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 Outro